Ich bin Hanna Wiedermann und ich habe die Regie von Konferenz der Wesentlichen Dinge zusammen mit Eva von Schweinitz geführt. Das ist unsere eigene freie Theatergruppe Pulk Fiktion und wir sind jetzt hier zu Gast im Yes. Um Wesentliches? Also vornehmlich eigentlich um Familie bzw. wie Kinder und Erwachsene miteinander leben bzw. leben wollen. Die Konferenz soll auch eine Plattform oder einen Raum bieten, um die Dinge vielleicht anders zu denken und auch anders zu erleben. Also hier ist dieser Tisch hier und man hat hier so kleine Panels mit Knöpfen und einem Ohrhörer. Und es kommen 20 Menschen zusammen, Kinder und Erwachsene und Jugendliche und nehmen hier Platz und verhandeln dann eben dieses Thema. Und es gibt kleine Anweisungen über die Kopfhörer, es gibt Abstimmungen mit den Knöpfen und wir lenken quasi so ein bisschen die Begegnung, indem man dann halt vielleicht mal neue Regeln erfindet, die auch gleich am Tisch ausprobiert. Es gibt Kuchen. Ich glaube tatsächlich, dass das in der Form eine Begegnung ist, die ziemlich einmalig ist. Also dass man hierarchiefrei fremden Kindern oder fremden Erwachsenen begegnet und aber viel voneinander erfährt und Neues denkt, das gibt es sonst nicht so oft. Aber die können die Begegnung ist, das gibt es sonst nicht so oft. So oft, wenn ich die Begegnung dich, den sie sich anrufen zum Beispiel oder die Lernschung gespfen, wird es immer wieder einfach liebden. Das ist nicht so oft. So oft gibt es noch nicht das, die Begegnung. Untertitelung des ZDF, 2020